Wenn ich Bubble Tea trinke, habe ich Zauberkräfte. Echt? Was hast du denn für Zauberkräfte? Ich kann aus demnächst richtig viele Achselhaare bekochen. Zeig! Oha, krass! Das sind ja echt krass lange Achselhaare. Zeig uns noch mehr Zauberkräfte. Wenn ich Bubble Tea trinke, kann ich mich in ein Kuscheltier verwandeln. Echt jetzt? Zeig! Siehst du, ich bin jetzt ein süßes, fettes Schwein geworden. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Und jetzt zeig uns deinen besten Zaubertrick, bitte. Wenn ich Bubble Tea trinke, kann ich einen Riss in dein Display machen. Was? Nein, mach keinen Riss in mein Display. Oh mein Gott! Oh nein! Jetzt muss ich zur Handy-Reparatur! Falls ihr uns treffen wollt, wir machen diesen Sonntag am 24.03.13 bis 15 Uhr ein Fan-Treff. Wir können zusammen quatschen und Bubble Tea trinken. Hier ist die Adresse. Wir würden uns freuen. Bis Sonntag.